Okay, aber wo macht man nach so einem Gerichtstermin jetzt Mittagspause? Ja, bei McDonalds, wo sonst? Guten Morgen, Leute, aus der Nähe von Bielefeld. Schaut mal, wo ich bin. Heute gibt es einen Tag als Anwalt, denn ich bin von Nicole Mutschke eingeladen worden. Frau Mutschke muss man eigentlich sagen. Guten Morgen! Weißt du, was das für eine Ehre eigentlich ist? Ich habe mich richtig, ich dachte, ich habe ein Hemd in meinem Schrank gehabt. Denn ich dachte, als Anwalt muss ich mich ja hier ordentlich anziehen. Es steht sogar hier unten bei euch zu Hause, Rechtsanwaltskanzlei Mutschke. Ja, das war eigentlich tatsächlich mal die Kanzlei. Also so habe ich angefangen. Also nicht mit großer Kanzlei, sondern mit ganz kleiner Kanzlei. Hier zu Hause, aber jetzt bist du woanders. Aber trotzdem, hier wohnst du. Hier wohne ich. Komm rein! Bei einem Tag alt, im besten Fall fangen wir mal zu Hause an. Also mein Tag fängt echt schon früh an. Also ich stehe meistens so 6.30 Uhr auf. Tatsächlich wache ich auf, checke meine E-Mails, trinke einen Kaffee und dann bin ich auch schon wittend. Checkst du deine E-Mails direkt im Bett schon? Ja, eigentlich schon. Oh, das ist nicht gut. Das mache ich aber auch immer. Das darf man nicht machen. Warum nicht? Weil dann im Bett, im Bett muss der Körper zur Ruhe kommen. Wenn das Schlafzimmer und das Bett dann auch noch so ein Ort der Arbeit ist, ist das immer gefährlich. Ja, das stimmt. Und ich habe inzwischen auch mein Handy auf lautlos. Also früher war es tatsächlich so. Das ist so nachts auf. Also wenn ein Kunde von mir... Ja, wirklich, dass ich Tag und Nacht on Air war. Aber das hat mich irgendwann auch wirklich genervt und ich habe auch gedacht, dass ich dann nicht mehr so gut bin, wenn ich nicht so meine echte Ruhephase habe. Also du kriegst trotzdem einen Kaffee, auch wenn es jetzt hier richtig auf die Schnelle ist. Ich habe gedacht, hier bei dir müsste es auch so richtig fancy Kaffee geben, aber... Ja, komm hier, es gäbe fancy Kaffee, aber auch bei Anwälten geht mal was kaputt. Und wir lösen das hier, ne? Wir lösen hier das Problem, auch das mit dem Kaffee, sofort. Schickes Auto. Ja, danke, danke. Also ich mag es auch gerne. Aber das ist auch so ein bisschen wie im Film hier mit dir. Das ist ja wie die Anwältin, die jetzt hier auf dem Land wohnen, schönes Haus und dann im Jaguar morgens aus der Garage. Blauer Anzug. Ja, ich habe mich auch versucht, ein bisschen als Anzug zu kleiden, deswegen nicht nur das Hemd, sondern ich finde Anwälte am Häufigen aber auch so ein bisschen extra. Deswegen habe ich wenigstens, ich habe bunte Schuhe angezogen. Also bei mir ist es auch so, ich liebe, dass ich irgendwie so bunte Sachen tragen kann. Ich finde das echt schön, so dass man so ein bisschen Extravaganz haben kann. Oh, das ist die Bild-Zeitung. Hallo Claudi. Was kann ich für dich tun? Es kam in eine Agenturmeldung rein, ein Viertel der Beschäftigten nur noch befristete Arbeitverträge kriegt. Kann ich auf jeden Fall kriegen, finde ich, klingt auch nach einem super spannenden Fall. Danke dir. Gerne, tschüss. Tschüss. Du siehst mein typischer Arbeitstag, dass ich schon auf dem Weg zur Arbeit eigentlich von irgendwem von der Presse angerufen werde mit irgendwelchen Fragen. Weil du eben nicht nur Anwältin bist, sondern weil du eben auch als Anwältin fürs Fernsehen oder für jetzt, das war die Zeitung, Expertin bist. Ja, genau. Und das mache ich auch total gerne. Also ich finde das wirklich bereichernd, weil das sind so nochmal aktuelle Themen, wo du Recht und tägliches Geschehen kombinierst. Es ist so, ich mag an meinem Job jetzt, so wie ich ihn mir auch ein bisschen gestaltet habe, dass er so abwechslungsreich ist. Und das ist einfach noch eine Nuance mehr, die einfach dazu kommt. Ich finde das echt Wahnsinn. Du bist ja nicht nur normale Anwältin, das ist ja schon mehr als genug Job, sondern dann bist du auch noch ständig erreichbar und machst eben auch noch zum Beispiel sowas und bist verfügbar für jemanden, der dich einfach dann frühmorgens anruft. Du bist im Auto auf dem Weg zur Arbeit und sagst, ich kann es heute noch das und das machen für mich. Also das ist schon Respekt, was du alles machst auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall jetzt schon beeindruckend. Und der Arbeitstag beginnt ja erst, wir fahren gerade erst in die Kanzlei, oder? Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich bin ich doch sozusagen privat unterwegs. Direkt Anwaltsfrage, ist der Arbeitsweg privat oder ist der schon geschäftlich? Also wenn du einen Unfall hättest, dann wäre er schon versichert. So viel dazu. Also auf erstmal ins Büro, in die Kanzlei. Das ist mein Büro. Auf jeden Fall brauchst du aber auch, um durchzuhalten. Ja, ich sag mal, gesund lebe ich nicht. Ich trinke extrem viel Cola und ziemlich viel Kaffee. Und Akten über Akten. Also so ein Anwalt muss auch viel alleine im Büro sitzen und einfach arbeiten, aber der Morgen fängt es erstmal an, wird einer besprechen. So, das ist hier immer ganz typisch am Morgen. Ein bisschen Plauschen mit den Kollegen, ein bisschen besprechen, was eben die Woche so ansteht. Wir haben heute Montag, was alles gemacht werden muss. So beginnt der Tag hier in der Kanzlei und ganz wichtig immer bei Anwälten. Und sagen, hey honey, keine Panik. Die haben alles unter Kontrolle. Patty ist wirklich so auf Trab. Hier kurze Besprechung. Los geht's. Du läufst sogar schon. Ja. So, die Wege sind nicht so weit. Du sparst fünf Sekunden, wenn du hier läufst, aber... Die muss man aber sparen. Was machst du jetzt genau? Also, jetzt... Du bist hier wirklich so schnell. Komm, du läufst hier so rein. Zack, 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 zack. Nein, jetzt muss ich mich umziehen, weil wir haben ja sozusagen ein Corporate Design zusammen entwickelt, dass wir, wenn wir jetzt die Social Media Filme drehen, ich immer so einen roten Anzug anhebe. Also, ich muss dir das mal erklären. Du bist nicht nur Anwältin und machst nicht nur noch so Rechtstipps für jetzt eine Bild-Zeitung oder RTL, sondern auch noch das eigenen Social Media Kanäle. Genau, auf TikTok haben wir sogar inzwischen fast 140.000 Follower. Und ich liebe TikTok auch wirklich selber, weil es so schnell ist. Wie du vielleicht denkst, passt das genau zu mir. Das passt wirklich sehr gut. Okay, das heißt, du musst dich umziehen. Pass auf, es geht noch schneller, als du sonst kannst. Tja, so bin ich schon fertig. Das ist sozusagen unser kleines Studio. Auch wenn deine Kumpelzeit vielleicht länger als sechs Monate ist, das Kündigungsschutzgesetz, das greift definitiv nach sechs Monaten. Wie ist das für dich? Nicht nur jetzt hier irgendwie so rechtlich tätig sein, denn jetzt bist du auch noch Kameramann. Das ist ja eigentlich auch nicht der normale Job. Ja, man muss flexibel sein. Also, insofern, ja, learning by doing und... Ja, es sieht professionell aus mit der Fahrt am Ende nach rein. Für uns eigentlich fertig. Schon fertig. Schon fertig. Ja, was wartest du noch laufen? Dann rennen wir nämlich jetzt zum nächsten digitalen Call, die ganz, ganz häufig sind bei uns. Und wir rufen einen Mandanten an. Also, ich habe jetzt eine Frage. Rennt Nicole immer so im Job, oder ist das die zweite Ecke? Ja, nein, ich fürchte, das ist die normale Geschwindigkeit. Der Tag hat nur 24 Stunden, das ist das Problem. Ich merke, ich muss auch hinterher, weil wir machen ja hier einen Tag mit Nicole, wie ich schon wieder vor. Eins, zwei, drei. Jetzt geht's los gleich mit dem Videocall mit dem Mandanten. Das ist ziemlich typisch und da wird's auch ein bisschen ruhiger, weil dem Mandanten muss ich das natürlich schon in Ruhe erklären. Also, bevor es jetzt mit meinem Video kommt, mit dem Klienten, mit dem Mandanten, sagt man ja losgeht, ich muss jetzt erstmal Mails machen. Wie viele Mails bekommst du so? Echt viele, so mindestens 80 bis 90. Und davon sind so, ich würde mal sagen, so natürlich die Mehrheit laufende Mandate. Dann gibt's natürlich, kennst du auch, so ein paar Quatsch-E-Mails. Und dann gibt's auch viele Anfragen zu neuen Mandaten. Und da muss ich halt eben gucken, was ist das? Ist das interessant? Ist das für uns wirklich was, was wir bearbeiten wollen und können? Ziel ist eigentlich, dass jeder noch am selben Tag eine Antwort bekommt. Also, Tür zu. Jetzt werden vertrauliche Dinge besprochen. Hallo, das ist Marius. Hi Marius. Genau, wir kennen uns schon lange aus einem erfolgreichen Mandat und würden heute einen Vertrag besprechen, wo ich euch vielleicht rausmalten würde. Logisch. So, Gespräch geschafft. Gespräch geschafft und jetzt müssen wir ganz analog werden. Und tatsächlich kriegen wir vom Gericht noch immer Post so. Wir schicken alles digital hin, kriegen aber per guter alter Post das Ganze zurück. Und dann könnt ihr auch wieder eins scannen, wenn ihr wieder hinschickt. Natürlich. Das ist Bürokratie in Deutschland. Ja, da müssen wir als Anwälte halt uns nach dem Gericht richten. Ja, und jetzt sehen wir ja die nächsten Social Media to be, Leute. Medienklienten von dir. Die zwei Herken sind schon mal da. Die zwei Herken sind schon mal da. Aber die beiden, die wollen nämlich jetzt als Influencer durchstarten. Und da geht's tatsächlich um Kooperationsverträge, Managementverträge, also alles. Also auch schon bevor es Probleme gibt. Dass da keine Abmahnungen kommen, dass die Verträge einfach im Grundstock richtig sind. Das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiges Gespräch. Auf jeden Fall. Ich setze mich auch mal direkt hier, dann kommt es für euch an die Ecke. So, ich mache ja nicht nur Praktikum heute bei Nicole. Ich konnte schon fast mit Rechtsberatung mir geben. Ja, das war sehr kompetent. Das sind die Formula One Twins. Mach ich mich gut so als Anwalt? Ihr könnt mir jetzt so zwischendurch so hier Mittagspausen-Feedback geben auf der Treppe. Also es wirkt auf jeden Fall so, als hättest du schon so zwei Semester hinter dir, oder? Ja, ja, du hast schon gut studiert. Ich habe tatsächlich auch zwei Semester studiert. So, bei Medienwirtschaft hat er auch nichts mehr. Aber also, Nicole, was macht die auf euch für einen Eindruck? Sie ist sehr kompetent. Sie ist, glaube ich, eine sehr gute Anwälte. Man kann ihr auf jeden Fall vertrauen. Und ihr mag ich auch sehr gerne, dass sie sehr locker ist. Also sie ist nicht so dieser typische Anwalt, der irgendwie einen Stock im Arsch hat, sondern mit ihr kann man auch richtig gut reden. Also, die Mandatinnen sind, heißt das so? Mandantinnen. Mandantinnen. Komm, ich soll das echt besser wissen. Die Angeklagtinnen, ja, ja. Noch nicht. Ich würde sagen, ihr seid Mandantinnen und keine Angeklagtinnen. Aber ja, ihr seid auch zufrieden? Auf jeden Fall, ja. Top. Dann kann ich jetzt aber weitermachen, denn jetzt geht es wirklich gleich mit Nicole einmal zu mir weiter. Mit Robe dann? Ja, mir wird eine ausgelehnt. Ich bekomme eine Robe. Unfassbar, da passt du rein? Weiß ich noch nicht. Nein, ich weiß, was da so groß ist. Passt denn alles rein? Was sind das für Aussagen hier? Und da sind wir schon. Hier ist das Landgericht Bielefeld. Ja, genau. Und ihr seht schon, ich habe eine Robe an. Die habe ich hier bekommen von einem Kollegen. Denn als Anwalt muss man, wann muss man eine Robe tragen und warum? Wenn du beim Landgericht bist, dann gehst du als nicht anwesend, wenn du keine Robe anhast. So als wärst du nicht da. Was ist das für eine Regel? Das ist wirklich, das hört sich an wie so eine Mittelalterregel. Aber du ziehst die Robe dann erst wirklich bei der Verhandlung an? Ja, eigentlich ziehst du sie wirklich auch meistens sogar erst im Saal an. Also wenn du dich hinsetzt, dann fischst du dich. Ist doch schön. Ich fühle mich wie ein kleiner Magier. Ja, ja, eigentlich. Das ist echt der coolste Saal hier. Vor so einem Gericht wird man auch immer so ehrfürchtig. Ja, schön, wenn du das noch wirst. Das ist nicht bei allen so. Hast du auch dann angeklagt, die total ausgerastet sind? Ja. Das passiert auch? Ja, klar. Musst du den beruhigen? Bist du dann gleichzeitig Pädagogin? Ja, schon so ein bisschen. Also das Größte ist, wenn man denen, oder das Beste ist, wenn man denen vorher erklärt, was passiert. Dann sind die meisten echt ein bisschen ruhiger. Wenn man sagt, hey, so schlimm wird es alles gar nicht, so und so wird das Gericht aussehen, das und das wird gefragt werden und das dann ein bisschen mit denen durchsprecht, dann sind die schon beruhigt. Unsere ganze Gesellschaft basiert ja darauf, dass wir ein Rechtssystem haben. Früher, also ganz, ganz früher, oder im Tierreich, da gilt nur das Recht des Stärkeren. Wer stärker ist, der hat Recht, der bekommt, was er will. Und das macht ja unsere Gesellschaft aus, dass wir uns gemeinsam ein Wertesystem, ein Moralsystem überlegt haben, Gesetze dazu geschrieben haben und uns danach richten. Und wenn es da mal zu Meinungsverschiedenheiten gibt, dann wird das genau hier geklärt, in Gerichten. Und tatsächlich ist es so, dass man auch nicht als kleiner Verbraucher schlechte Chancen hat, nur weil die große Bank oder das große Autounternehmen auf der anderen Seite steht. Tatsächlich vor Gericht sind alle gleich. Das sollte man sich immer wieder vor Augen führen, gerade wie in Deutschland, dass wir so ein Glück haben, dass wir in so einem Staat aufwachsen, wo wir Vertrauen haben können in das Rechtssystem. Das kannst du nicht in jedem Land haben. Ein Problem gibt es aber, Recht haben heißt nicht immer Recht bekommen. Ja, das stimmt. Man kann es interpretieren und so weiter, je nachdem kann der Richter sich auch mal irgendwie anders entscheiden. Absolut. Und du musst natürlich auch immer, wenn du Kläger bist, das Ganze da legen und auch beweisen. Aber in diesem Saal sind wir heute nicht, sondern wir gehen jetzt um einen weiter. Also das wäre jetzt hier mein Plätzchen. Und wenn mein Mandant dabei ist, würde der da sitzen. Der Richter oder die Richter sitzen dann hier oben und die sehen dich, also die sehen dich ja dann da vorne. Also da bist du dann jetzt hier als die, sagen wir mal, du bist die Beklagte. Du musst verteidigen. Und jetzt musst du dann irgendwie, wenn du jetzt gleich dein Plädoyer hältst und dann hast du dich stundenlang vorbereitet und jetzt stehst du hier und das ist dann die Kür, so hier musst du es dann in die Tat umsetzen. Genau. Also es ist schon so, dass gerade wenn Mandanten da sind, dass ich dann schon auch nochmal erkläre, was hier passiert und auch noch ein bisschen mehr sage, damit die die Verhandlung besser nachvollziehen können. Aber die wirkliche Arbeit, die habe ich vorher gemacht. Also vorher muss ich als Kläger wirklich alles ausarbeiten, Zeugen rausfinden, Zeugen benennen, Unterlagen rausfinden, auch schon dem Gericht überreichen. Das heißt, wenn du hierher kommst, da musst du schon ziemlich gut in der Sache sein. Dann jetzt hier zu sagen, so worum geht es nochmal, das ist nicht gut. Ihr konntet mir ja einige Fragen auf YouTube stellen, die ihr an eine Anwältin stellen wolltet und die machen wir jetzt einfach mal hier im Kreuzverhör. Ich habe Nicole jetzt in den Zeugenstand hier geholt. Hier sagen die Zeugen aus normalerweise. Ja und ich muss immer die Wahrheit sagen, wenn ich hier sitze. Ja, logisch. Dürksen 07 hat zum Beispiel gefragt, hattest du schon mal einen Mandanten, den du eigentlich selbst gar nicht vertreten wolltest? Klar, hat man immer mal wieder, aber eigentlich versuche ich das vorher abzuklären, dass da gar nicht sowas entsteht. Was ist die lustigste Story, die du als Anwältin erlebt hast? Ich musste mal türkische Folkloro-Söckchen rausklagen und die muss man dann immer beschreiben. Das heißt, ich habe einen Tag damit verbracht, Socken zu beschreiben. Wie ist die Arbeitszeit als Anwältin? Das kommt darauf an. Angestellte Anwälte haben es echt besser. Also bei uns in der Kanzlei wirklich von 9 bis 17 Uhr so. Aber bei mir, ich komme so auf eine 60-Stunden-Woche. Wie ist das Studium? Schon echt anspruchsvoll. Dauert ziemlich lange und ist auch bekannt, dass es ziemlich anspruchsvoll ist. Aber ich finde die Arbeit super, also es lohnt sich. Gibt es auch häufiger Drohungen an eine Anwältin? Bestimmt schon, aber Gott sei Dank, da hatte ich jetzt noch nicht so viel mit zu tun. Bei mir noch nicht so wirklich oft vorgekommen. Was verdient man als angestellter Anwalt? Wenn du anfängst, bist du so bei 3.500 Euro. Aber wenn du in der Großkanzlei anfängst, dann musst du natürlich auch wirklich viel arbeiten. Dann kannst du auch mit 100.000 einsteigen. Und was verdient man als selbstständige Anwältin? Ah, zu wenig. Nein, alles gut. Also ich verdiene schon im fünfstelligen Bereich und als Selbstständiger schwankt das natürlich. Wie siehst du das Thema Ethik bei einer Anwältin? Ja, in der Theorie wird das oft diskutiert. In der Praxis stellt sich die Frage gar nicht so häufig. Ich finde, jeder muss vertreten werden, bestmöglich und damit ist für mich die Frage erstmal beantwortet. Wie reagierst du, wenn dein Mandant sagt und dir gesteht, ja ich hab die Tat begangen? Als Anwalt bleibt man da total cool, das ist ganz normal. Da muss man trotzdem die bestmögliche Verteidigung liefern. Meinung zum Studium Wirtschaftsrecht, weil damit ist man ja kein Volljurist. Ich würde an der Uni Jura studieren, dann hast du mehr Möglichkeiten. Wie oft, sei ehrlich, wolltest du dein Studium abbrechen? Ah, tatsächlich wollte ich das, weil ich es so langweilig fand. Und dann habe ich angefangen, beim Anwalt ein Praktikum zu machen. Das fand ich super und dann war es durch. Was passiert, wenn man durch Staatsexamen durchfällt, also ganz lang studiert hat und kurz vorm Ende dann durchfällt? Man kann es, glaube ich, ein paar Mal nochmal versuchen, aber wenn es dann am Ende wirklich nicht klappt, dann hat man nur noch Abitur. Boah, das ist echt hart. Du bist ein bisschen nass aus dem Zeugenstand. Super! Ich weiß nicht, ob du den Fall gewonnen hast, aber... Das war easy peasy, doch, den habe ich gewonnen. So leicht ist es sonst nicht. Okay, aber wo macht man nach so einem Gerichtstermin jetzt Mittagspause? Bei McDonalds, wo sonst? Aber ist das schon häufiger so, dass du... Ich meine, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum nächsten Termin. Das ist ein Außentermin. Wir haben jetzt schon einen Mandanten bei dir in der Kanzlei. Videocall hatten wir schon, aber du musst auch manchmal vor Ort bei denen. Absolut. Also ich bin schon öfter unterwegs, wirklich oft. Und deshalb ist schon so, ja, Fastfood leider Teil meines Alltags. Muss mal sein. Muss mal sein. Gut, gibt Schlimmeres, ne? Gestärkt gegessen. Und jetzt hier, mitten im Industriegebiet. Was macht eine Anwälte mitten im Industriegebiet? Ja, wir vertreten auch ganz, ganz viele Unternehmen. Industrieunternehmen und das ist eins davon. Schauen wir mal rein. Was brauchen denn so Industrieunternehmen? Wo brauchen die dich als Anwälte? Ach, ganz viele Verträge. Immer wenn du als Unternehmer unterwegs bist, hast du Arbeitnehmer, hast du Verträge mit anderen. Weil das ist ja das Ding, ich glaube, manche denken, Anwälte brauchen ja nur im Streitfall. Aber im besten Fall vermeidet man Streit, wenn man gute Anwälte hat und einfach von Anfang an gute Verträge macht. Hallo! 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 Ich habe direkt die erste Frage. Was habt ihr mit so einem Projekt zu tun? Ja, das haben wir mal gebaut, diese Behälter. Das ist im Stich Linsie. Der Einfluss der Umwelt auf die Seen in Deutschland wird ja praktisch überprüft. Also ihr baut solche Sachen und wenn es dazu Verträge gibt, dann wird es teilweise suchzuständig. Genau. Also jetzt auch noch hier mitten in der Industrie heute unterwegs. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber als Anwalt ist es eben auch wichtig, dass man das, was die eigenen Kunden machen, dass man das auch versteht, damit man die richtigen Verträge dafür machen kann. Also Wahnsinn, was Nicole alles macht und fühlt sich. Sie ist ja auch noch fürs Fernsehen aktiv, für Stern TV. Und da gehen wir jetzt hin. So, jetzt geht es zum Check und danach geht es eigentlich auch schon direkt vorbei. Wow, Leute. Eh schon ein spannender Job auf jeden Fall als Anwalt oder Anwältin und insbesondere bei Nicole Mutschke, was die alles an einem Tag macht. Aber jetzt, wenn ihr mehr von ihr sehen wollt, checkt ihr Instagram, TikTok oder YouTube aus. Die Links sind alle unten in der Beschreibung. Oder wenn ihr Rechtsberatung braucht, ihre Website ist natürlich auch verlinkt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.